Ich bin jetzt schon Kraftvorrat? Kopierkraut, ok. So der. Kopierkraut, haben die alle Kopierkraut? Follows raus. Also ich weiß nicht, also wer jetzt dazugekommen ist. Die chinesischen japanischen Schriftzeichen wollen mir Funny Tactics zeigen. Säurespeyer, Säurespeyer, Ränkeschmied. Ok, wir machen dann Akupressur. Was macht Akupressur? Dass er die Attacke nochmal einsetzt. Oder wie? Was macht Akupressur? Weiß das jemand? Random Wert geboostet. Wieso können die ja so schnell hintereinander machen? Und jetzt schon Kraftvorrat? Ich habe ein paar Fragen. Was? Für die Wissenschaft! Für die Wissenschaft! Nochmal, weil es so viel Spaß macht. Genau deswegen durch den Deathboost. Genau deswegen durch den Deathboost. Nur wegen dem Deathboost Kopierkraut. Ok. Hast du die gebucht? Jetzt wirst du gecarried. Ey, ich bin hier derjenige, der den Angriff macht. Ne? Ich mache hier den Attack. Und wenn ihr Style habt, nehmt ihr natürlich einen Shiny Baldorfisch. Wie lange ist es am Anfang? Erstmal dauert die ganze Fähigkeiten durchzuballern. Dann dreimal Bedroher, dann viermal kopieren. Und guck mal, das kostet alles gar keine Zeit, sehe ich gerade. Die Zeit steht. Die machen alle einmal Säure Speyer. Guckt genau hin, Leute. Ihr müsst das ja später nachmachen. Gleich. Warte mal, ich will das ja kurz ja noch machen. Nochmal Akkupressur. Nochmal Akkupressur. Nochmal Akkupressur. Ich weiß nicht, wann ich die Attacke machen soll. Soll ich jetzt schon? Oder soll ich nochmal Gedanken gut? Nochmal Akkupressur. Wieso können die das so oft hintereinander? Ich verstehe das nicht. Hä? Was ist das denn schon wieder hier? Ich starb mal in den Angriff. Ich starb mal in den Angriff. Geile Taktik. Macht euch alle Baldorfisch. Let's go.